Und? Wie läuft's im Bett? Kriegt er noch einen hoch? Ich möchte gerne mal wissen, woher du diese Boshaftigkeit hast. Wieso? Ich denke, du willst ein Kind von dem. Wer will ein Kind von wem? Bitte, ich will das hier nicht in aller Öffentlichkeit. Meine Schwester hört ihre biologische Uhr ticken. Das war bei mir auch so, aber es geht wieder vorbei. Ihr Typ ist Oberstaatsanwalt, so totaler Workaholic. Komm, kriegt er überhaupt noch einen hoch? Wieso? Was guckst du mich jetzt so an? Ach übrigens, wir brauchen noch Salate. Neun Stück zu Tisch 4. Und der Weiß hat wieder sein Gewiss auf den Po verloren. Übernimmst du? Okidoki. Und was? Ich meine, was sagt euer Chef dazu, dass ihr während der Arbeitszeit Alkohol konsumiert? Das war eben der Chef. Der Standort hört euch aus, seitdem aus Berlin publication. Der war beating, wurde es achtj prima Lindsay. Und einfach durch den Tod der自елен Volk vor Pragmatik rausgerichtet. Die Sendung wurde mir horrible zusammen ge hometown behandelt. Ich weiß nicht was, was mein Gott nicht angeht. Das macht gefährlich long ist nichtoit nicht groundsheizend. Ich tätig abgeholt. Windsheer Windsheer